Herzlich Willkommen, ich bin die Nora und ich zeige dir in 5 Minuten, wie du twerken kannst. Legen wir gleich los. Stell dich einfach breitbeinig hin. Man muss immer schön abfedern und locker bleiben. Ich zeige es von der Seite. Wichtig ist die Beckenbewegung natürlich. Wir machen mal kurz vor, Mitte, hinten, Mitte. Vor, Mitte, hinten, Mitte. So werben wir uns auch schön auf. Mitte, hinten, Mitte. Und jetzt bleiben wir hinten, Mitte, hinten, Mitte. Mitte, das ist die Basic-Bewegung. Und wenn es geht, ein bisschen mit Schlag nach hinten schmeißen. Als wolltest du mit deinem Po jemanden wegkicken. Rück, komm ein bisschen tief. Man merkt auch, es ist ein ganz gutes Workout. Und zurück und zurück. Und wenn es geht, ein bisschen schneller. Rück, rück, rück. Und schön mit Spannung. Alles schön anspannen, auch Bauch anspannen. Und ein bisschen schneller. Shake, zurück. Und noch schneller. Okay. Und locker marschieren. Das wäre schon mal die erste Bewegung. Wir probieren es gleich nochmal. Sechs, sieben, acht. Und rück, rück. Immer nach hinten schmeißen. Wegkicken, wegkicken, wegkicken. Ein bisschen schneller. Rück, 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 rück. Und noch schneller. Gib Gas. Super. Und nach oben kommen. Okay. Locker marschieren. Ich zeige dir die nächste Bewegung. Wir machen das natürlich gerade. Und erst mal shake, 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 shake. Und schneller. Sechs, sieben, acht. Marschieren. Vier, drei, zwei. Einmal noch. Shake, 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 shake. Schnell. Und marschieren. Super. Du kannst ja schon twerken eigentlich. Okay. Zur Seite. Die nächste Bewegung ist, du drehst das Knie mit ein. Und schmeißt die Hüfte, holst den Bauch ein und schmeißt die Hüfte wieder raus. Und raus. Hier ist auch der Oberkörper mit einbezogen. Und raus, ja. Wichtig ist, dass du hier auf Fußspitze stehst, schön in die Knie gehst. Und schlagen, 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 schlagen. Die andere Seite. Erst mal langsam abstützen. Du musst, zum abstützen musst du nicht unbedingt, du kannst einfach auch nur tief gehen. Und schmeißt, du siehst schon, ich strecke nur das Knie an. Und Knie strecken. Vier, drei, zwei. Wechsel. Und vier, drei, zwei. Wechsel. Und vier, drei, zwei, eins. Wechsel. Und vier, drei, zwei, eins. Wechsel. Shake. Aufmerksam. Und schnell. Seit. Vier, drei, zwei. Eins. Vier, drei, zwei, eins. Und bleib hier. Okay. Die Hüfte kreisen. Von vorne nach hinten. Schöne große Kreise. Und die andere Richtung. Vier, drei, zwei, eins. Das machen wir jetzt alles vorgebäuft. Du bist hier unten. Und wir kreisen nur hintere Hüfte hoch und ab. Wie du siehst, hier die Fußspitze dreht mit. Hoch und ab. Hoch und ab. Die Seite wechseln. Und hoch und ab. Hier schön nach oben ziehen. Die Hüfte hoch. Ab. Hoch. Ab. Das kommt direkt nach dem Hüftschmeißen. Also wir gehen langsam. Vier, drei, zwei, eins. Zwei. Hüftkreise. Und Hüftkreise. Wechsel. Vier, drei, zwei. Einer. Und Hüfte kreisen. Hüfte kreisen. Fangen wir mit dem Shake an. Vier langsame. Schnell und seit, seit. Let's go. Langsam, 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 langsam. Schnell, schnell, schnell. Und vier, drei, zwei. Eins. Und Kreis. Sechs, sieben. Acht. Und vier, drei, zwei. Eins. Kreis. Sechs. Sieben. Acht. Nach oben kommen. Nochmal. Vier, drei, zwei. Einer. Und hepp, 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 hepp. Shake. Und seit, 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 seit. Und vier, drei, zwei. Einer. Und hoch, 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 hoch. Vier. Und nach oben kommen. Ein letztes Mal noch. Vielleicht mache ich es dir gerne nochmal von der Seite. Und vier, drei, zwei, eins. Also langsam, shake. Seit. Kreis. Und andere Seite. Und. Und Marsch. Vier, drei, zwei. Einmal noch. Let's go. Hopp, hopp, hopp. Shake. Seit. Kreis. Und. Super. Das wären die ersten Schritte fürs Twirken. Viel Spaß beim Üben. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.